Hallo meine Einhörner und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Taste. Jetzt waren wir wieder mit dem Alex. Ich bin ein Shark mit du a Swim blub blub. So ungefähr. Ich spiele zur Zeit wieder einen Haufen RTS-Spiele und habe einfach mal wieder mega Bock auf Stronghold gehabt. Und jetzt habe ich zum Alex gesagt, komm, wir können ja mal wieder was aufnehmen. Und ich mache einfach so ein paar, so mehr oder weniger einen Kreuzzug. Ich suche ein paar Maps raus, Gegner. Schwierigkeit bestimmt man halt mit Kreuzritterspiel Deathmatch, ob man da einem Gegner Vorteil gibt oder was. Ich hätte so gesagt, das sind so 10, 15 Folgen, hätte ich gemeint, oder? Wie viel machen wir? Keine Ahnung, sehen wir, wie viel, dass wir Bock haben. Wenn wir nach der 10. keinen Bock mehr haben, machen wir bei 10 Ende. Wird halt immer schwerer, kennt man ja, jeder, der Stronghold gespielt hat, ist am Anfang, ist einfach eine leichte Mission. Das Schwein ist jetzt zwar nicht so leicht, aber zu zweit ist das, äh... Das überrennst du halt einfach, wenn ich mich hinten einfach einbaue. Oder so. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Kommi, würde mich freuen. Abo. Und das Glöckchen, ne? Weil man muss ja immer... Uff, halt's Maul. Glöckchen wie ein Träumchen. Oh Gott. Däumchen wie ein Träumchen. Ach du Scheiße, hey, ich bin das ja gar nicht mehr gewohnt. Ach du heilige Scheiße. Äh, wo war noch mal der Vorhörter? Alter, wie weit weg ist das Spiel... What? Alter, mit der Auflösung, wo ich das Spiel, hey... Wenn ich die Lupe weg, to holy shit, dass ich das ganze Spiel festfasse. Er sieht alles. Alles. Jetzt weiß ich auch, warum mir mein Maus so schnell vorkommt, weil ich draufgekommen bin und die auf dem schnellsten Ding gehabt habe. Null. Okay, ich muss halt echt erst wieder reinkommen hier in dieses Scheißgame. Ich bin so raus. Ich bin so raus aus diesem Game. Ich hab halt das Vorratslager. Maxima Lost. Ich bin Maxima Lost in diesem Spiel. Okay. Ja, piercht's euch hier mal an. Es sind nicht genügend Körbeißen nicht. 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 Oh ja, diesen Satz habe ich vermisst. Das Gebäude zu verwalten. Ich nö, ich nö, ich nö, ich nö, ich nö. Ich nö, ich nö, ich nö, ich nö. Ich nö, ich nö. Ja, dann ganz einfach umsützen. Ich nö, ich nö, ich nö, ich nö. Ich nö, ich nö. Ich nö, ich nö. Ich nö. Wenn du hängst. Ich nö, ich nö. Ich nö. Ich nö, ich nö. Okay. Äh, wo gibt's denn hier Starner? Starner! Ach toll. reichen drei christmas was ich bin schon wieder durch mit dem leben wundert euch nicht du bist immer durch mit dem wir benötigen holz alter wir benötigen mehr holz spaß die der blöde wir benötigen holz ja dann was dort holz das nicht dort über alle länder mir diese bastardsöhne durch das mich doch jetzt hier mal welche bastardsöhne ja meine leid heute so üblich jeder ist ein bastardson was heißt früher also ganz viel glaube ich war das nicht üblich mit ihr kein sex vor der ehe und so genau damals noch schlechten zeiten auch unsere kindheit genannt also ich finde ich von der kind sein geil so ohne verpflichtung ja hatte schon was halt muss zum sex in der frühe aufstehen was den ganzen tag für irgendwelche leid bleibt um mal dies nicht einmal kennst und denen die am arsch vorbeigehe eigentlich die fresse alter ja also das ist wirklich so ein satz den habe ich tatsächlich nicht vermisst da ist mir zum beispiel edge of empires einfach sympathischer weil wenn du bei edge of empires was ich machen kannst du macht es einfach macht einfach nur ein sound dass du es nicht machen kannst und nicht wie so ein autistiker mehr holz naja so wie wärs mit dem zirken aus dem posten jetzt wird schon ja ich bin so ein pasklafen ich bin so raus aus diesem game leider kann man nur so lost sein in diesem game oder sind gazellen da kann man jagen ja sie von doch macht doch mal die augen guck doch mal ein stream verdammt ich habe leider völlig verkackt eine kathedrale zu bauen ich nicht ich eigentlich nicht ich sehe es voll im spiel grad aller ich bin ja richtig auf hochtouren so kenne ich dich doch in dem game richtig am aufmucken was ich allerdings noch bauen könnte wenn der bauer meistergilde gold für so zeich ich habe ich habe ganz gut gold gerade ich bin ganz ehrlich ich habe mich glaube ich ein grösel mit dem holz verausgabt bevölkerung nein nicht bevölkerung beliebtheit es mag nicht es mag mich scheiße sie mögen es nicht dass ich sklaven in den tod schicke aber an und für sich mögen sie mich dann wer liegt sich denn bitte auf wenn man sklaven in den tod schickt unter menschen aufgeregt unter menschen warum legt mal kamera eigentlich das spiel durch flüssiger die kamera die leckt schon wieder scheiß kamera so können wir scheiß kornspeicher ist voll das heißt wir können wir mal zwölfer steuern erheben richtig hoch mit die steuern ja beliebtheit singt am arsch alter blöder geister kommentator halt einfach ist die fresse ok es werden so jetzt geht man die waffenproduktion hier ein bisschen eisen snacken und steuersätze sind ein scherz in der nachbarburg sind sie nicht halb so hoch so alex du hast zwar also keine steuern weil der bau von mir gesagt wenn der nachbarburg sind sie nicht halb so hoch die steuern doch ich habe steuern da oben ich habe zwölfer steuern das fließt in die schatzkammer sei jawohl kathedrale putz so ist hier schon ich bin zur stelle wo sind wir die scheiß baumeister ach die sind schon drin ja dann feuer feuer frei peng bang so wo doch nicht so draußen gut recht manche dachten reichen sie halt nicht so brauchen wir wieder hütten ja ihr könnt das nicht dort platzieren weil ich auch nie was kann oder du scheiß spiel gold fließt in die schatzkammer sei das gold liebt euch mein lord so perfekt natürlich kannst du nichts hey 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 ganz ruhig alex gell ganz ruhig alex gell ganz ruhig alex ganz ruhig alex ah das ist mir gut solange du wild bist so euch brauche ich nicht ihr geht mal hier anstiften also gut dass ich echt mein handy mal wieder auf stump gemacht hab hey warum vibrierts grad die ganze zeit die ganze zeit oh leil du hast dir das eisen zwischen uns gegönnt ich hab sonst kein eisen doch hinten oben ja toll du halt das ist genau in seiner schussreichweite nein ich hab da oben leute ach da hinten ja also dann bist doch du da ist so in ordnung dann kann ich das ja haben lol das vorratslager ist voll du hast ja nur vier stück ne zwei ja du schätzt mich hier nicht okay passt ich hab zwölfer steuern und krieg trotzdem beliebtheit dazu okay pass auf jetzt bauen wir gleich noch mal eine brauerei was ich baue noch eine zweite brauerei dann kann ich nämlich 16 in der steuern machen stimmt das könnte ich auch machen mal hopfen in diesem gebäude gibt es keine wobei kann ich jetzt hier bitte noch einen obstgarten hinbauen nein gut dann kommt hier eine käserei hin kann ich auch nicht hier weil sie sich scheiße hier rumliegen kleinen fotzen was beruhigt dich alex ich soll mich beruhigen in diesem gebäude gibt es keine arbeitslager ach das vorratslager pfff jetzt baut er fünf kornspeicher hin obwohl das vorratslager voll ist okay 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 gleichgewicht ist wieder hergestellt ich bin wieder am enden geiler tief vorratslager ist voll ich habe mir schon Sorgen gemacht ich habe mir schon Sorgen gemacht ich habe mir schon Sorgen gemacht alter aber es ist doch noch alles beim alten auf typischer alex geil ach gitte einfach nur schön oh wie geil wie geil wie geil alter bin zur stelle es werden waffen benötigt es werden waffen benötigt ich glaube ich brauche hier ein paar was werden waffen benötigt ich glaube ich muss vorratsspeicher sein es ist ja jetzt nicht so wie geil geiler tief erst mal 16 er steuern erhöhen als er da drauf geil feiere ich ach schön Okay, pass auf, ähm, Balliste ist schon drauf, zack, Baumeister, truff. Ja, ja. Bin zur Stelle. Bogenschützenbereit. Sind auf dem Weg. Du, 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 du. So, ähm, Joka-Rei. Eskalierst mit deinen Bäckerholzer. Das geht auch mal vier, leit die Weizen machen. Ja, und es ist recht trotzdem. Alex eskaliert. Eskalation. Viva la revolution. Ja, behandle jeden wie ein König, einen französischen König. Ab mit dem Kopf! Okay, soll ich jetzt, ich probiere es jetzt mal, Alex. Was denn? Konstruieren Belagerungsgeräte. Also nein, es funktioniert nicht, wenn ich Steuerung oder Tab drücke. Konstruieren Belagerungsgeräte. Dass ich gleich, ja, dass ich gleichzeitig mehrere Katapulte bauen kann. Ha. Also Tab oder, äh, ja doch, Steuerung oder, äh, Shift. Weil mit Tab, da machst du ja Vollbildmodus. Drück mal Tab. Ziemlich lustig. Oh, cool. Ne, keine Ahnung. Also, wenn das jemand von euch weiß, bitte, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil das rätsel ich schon die ganze Zeit. Nur weil du es beim Hello gesehen hast. Ne, ich habe mir auch letztens so nochmal ein Let's Play von Stronghold angeschaut und da habe ich es auch gesehen. Wir machen uns auf. So. Also, ich habe eine Blauzeit, habe ich, dann kann ich jetzt noch hier schausten. Volker liebt euch, mein Wort. Das ist doch schön. Die Sanya, Olive, die kennen mich nicht, Horsten. Also, so wie die Saufen, Kenner bei mir in der Burg. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ich meine ja nur. Es werden Waffen benötigt sein. Warum bin ich das zweitgrößte? Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Wie kann ich nochmal Stelle bauen? Wo kann ich Stelle bauen? Stelle, Stelle, Stelle. Oh, loch. Was ist denn jetzt mit Stellen? Was werde ich womit stellen wollen? Ja, die Ränder war beim Schwein ab, du seid vorhin tot, ne? Bin zur Stelle. Die Pferde, so. Es wird die nächsten Alter, der letzte Runde. Gefleck. So. Da ist immer öff hier. Eure Beliebtheit steigt. Feier. 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 Feier, dein Beliebtheit steigt. Feier, deine Eier, stinken. Was? Du legst jetzt schon voll los. Wie nah kann ich eigentlich an ihm dran bauen? Naja. Äh. Nicht nah. Weil die Reichweite zu deiner Burgel ganz groß wird. Ähm. Geh los jetzt. Bis daher komme ich. Es werden Recruiten benötigt sein. Ja. So schön. Okay, ich kann aber keine Mauern mehr drum bauen. Hier könnt ihr das nicht dort platzieren, mein Lord. Kann ich jetzt hier eigentlich bitte... Nein, diese scheiß Rehe liegen hier immer noch. Die ist dann hier Pulsfalle im Weg. Jetzt rennt mir der Dogo hier rein, oder was? Verpiss dich, du dummer Hund. So. Brav. Braver Lumpi. Was zum... Fick baust du da für einen Mauerpimmel? Was soll das werden da bitte? Alter Schwede. What the actual fuck, Alter. Baut da übrigens so ein komisch Penis da oben hin, ey. Alter, what the fuck. Ja, what the fuck, Alter. In did this. Das ist der Abwehr-Turm. Der Opfer-Pimmel. Ja. Jetzt hast du dich mit einem Kampfbissen, dann geht es richtig steil. Abwehr-Pimmel, aktiviert Opfer-Kräfte. Ohne neu. Richtig Bock, Junge. Eure Befehle? Ja, Mann, aber richtig. So ein Nutzgelegung, ein paar bisschen mit dem Bäcker. Ich bin zur Stelle. Es werden Waffen. Ja, ach komm. Es werden Waffen benötigt. Zur Stelle. Wir werden überfallen. Im Laufschritt. So, hoch mit euch. Bin zur Stelle. Hier geht's ja raus. Hey. Ja, ein weiter Weg. Katapult bereit, Milo. So, hoch mit. Lernen, Afan. Mustahil. Erkamm, Glavie. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Feuer. 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 Ob das klug ist? Eine Nachricht vom Schwein. Ja, komm, haben wir doch ein paar Rinder rein. Ja. Hui. Komm, noch ein paar. Hui. Du, was hat der unten schon wieder Krieg? Natürlich. So gut wie erledigt. Katapult bereit, Milo. Na, Flor. Ich hab dich den... Oh, mein... Oh, von meinen Tribukel. Ja, endlich. Katapult wird bewegt. Okay, ähm. Eine Nachricht. Das ist gerade der Pult vom Schwein. Das Schwein. Das trifft ihr dich wie mich. Na, dann hört bitte auf. Ja, ich hab's schon weggetan. Ähm. Was ist denn los? Das Schwein. Oh, fügt doch noch vor. Sag mal. Katapult wird bewegt. Ähm. Katapult, hallo. Wäntet ihr? Bitte. Oh. Eine Nachricht vom Schwein. Reload. So. Hui. 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 Betrefft ihr auch mal diesen Scheiß-Turm, Jungs? Nö. Die haben schon wieder zwei gesuppert. Oh, okay. Perfekt. Rein. Charge. 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 So. Spiel eins vorbei. Pff. Ja, Jungs. Easy going. Ich wollte auch, Katz. Easy going. Oh, ich hab den Krone. Ich hab den Krone. Ja. Ist das ja. Zwei. Ich hab meinen Nahrung, wie du, du Faker. Und mir heukst. Stimmt, oder? Ei, ei, ei. Und? Deine Bevölkerung ist größer als meine. Getötete feindliche Truppen. Alex. Null. Na und? Geiler Typ. 32 Leute verloren. Keine getötet. Das waren alles gelaufen. Ich rübe. Uff. Geiler Typ. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein.